What's up Fan Primus Community und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion Vlog endlich wieder nach der verkorksten WM in Katar, wir wissen alle worum es ging, muss ich nicht wiederholen heute bin ich auf dem Weg nach Bremen, heute geht es ins Weserstadion und wir schauen uns heute das Spiel Werder Bremen gegen Union Berlin an ich bin schon mega gehypt endlich wieder Stadion Vlogs für euch zu drehen und wie gesagt, bevor ihr hier weiter schaut, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, seid dabei, seid in der Fan Primus Community und dann werdet ihr alle Videos erfahren also ich bin jetzt erstmal auf dem Weg, ich mache gleich nochmal ein paar Videos von unterwegs und dann geht es heute Abend endlich wieder zu einem Bundesligaspiel angekommen hier am Hauptbahnhof Hamburg es wird ein sehr sehr geiles Spiel ein ganz starker Aufsteiger würde ich mal sagen gegen eine sehr starke Berliner Mannschaft von Union zu den Fakten komme ich später jetzt gehe ich erstmal zum ICE, damit wir nicht zu spät kommen und dann mache ich den Faktencheck in Bremen der Bahnhof ist jetzt nicht spektakulär, wir suchen uns jetzt schnell nach Olau wieder und dann geht es ab ins Stadion, erstmal im Fanship ein bisschen und dann gucken wir mal, was wir dann bis zum Anpfiff machen so oben wird sofort gezeigt, wer hier die Macht ist Werder Bremen nice da hinten ist irgendein sehr sehr geiles Gebäude da gehen wir mal kurz hin und gucken mal an was da so los ist hier das Blaue so meine Lieben selbstverständlich wieder mit einem Roller unterwegs wie immer, ihr kennt es jetzt geht es los schaut euch mal bitte diese geile Brücke hier an oder diesen Tunnel schön in allen Farben und überall gibt es einen Gruß auf Französisch Italienisch ja Brettonisch also einfach alle Sprachen werden hier einmal genannt und guckt euch mal bitte diesen Tunnel an, wie geil ist das denn da vorne seht ihr das Weserstadion hier sind wir gerade auf dem Deich da ist die Weser und wie gesagt, da gehen wir gleich rein es sieht so also es sieht auch echt mega geil aus von hier schön mit den Flutlichtern und wir sitzen auf der rechten Seite da also dort auf der also da genau wir gehen da mal hin so meine Lieben also ich bin hier ein bisschen im Dunkeln hier ist kaum Licht also heute gespielt der Tabellenelfte Werder Bremen zu Hause gegen den Tabellenvierten Union Berlin Bremen mit drei Niederlagen gerade müssen heute auf jeden Fall wieder was reißen für mich trotzdem ein echt guter Aufsteiger und ja Union Berlin muss man nicht viel zu sagen spielen wirklich eine stabile Saison spielen wirklich richtig gut und ja wollen natürlich vor dem Derby jetzt hier nochmal drei Punkte holen sind auch gut in die ja Rückrunde sagt man einfach gestartet von daher glaube ich heute sogar dass es ein sehr torreiches Spiel wird mein Tipp für heute ist ein 3-1 für Union Berlin angekommen hier ist das Weserstadion sieht sehr sehr geil aus vor allem die Flutlichter sind einfach brutal geil und da hinten sitzen wir aber wir gehen jetzt einmal in den Fanshop so hier ist zum Beispiel ein VIP-Eingang hier sind ein paar Würstchenbuden es ist sehr viel los vorm Stadion also sehr geil so also was hier auf jeden Fall der Fall ist man hat sehr viel Platz um das Stadion herum hier ist wirklich viel Fläche wo man auch ein bisschen rum gehen kann ein bisschen sich das anschauen kann das Gelände ist sehr sehr geil und wie gesagt wir gehen jetzt einmal kurz in den Fanshop und dann gehen wir auf unsere Plätze und dann gucken wir mal wo wir heute sitzen so schaut euch das mal hier an der Souvenir-Shop ist auch wieder da ich habe wieder meine Münzen bekommen auch von Werder jetzt geht los auf geht's ins Weserstadion schaut euch das mal hier an sehr geil wie es hier drin aussieht ein dickes fettes Moin hier mega geil dort oben sind die Gäste-Fans dort sind die Bremen-Fans also mega geil jetzt suchen wir uns erstmal unseren Platz so meine Lieben jetzt nochmal ganz in Ruhe also da oben ist der Gästeblock das ist das schöne Weserstadion das nennt sich jetzt Wohn-Invest-Stadion es wurde ja umgebaut da sieht man schön Werder Bremen wir sind hier jetzt Süd-West da ist die Ostkurve da sind die ganzen Werderaner die Fans die richtig Hardcore-Fans und so und was ich halt geil an diesem Stadion finde sind einfach diese Flutmasten die einfach über das Weserstadion hinaus ragen es ist sehr sehr geil ja und das sind unsere Plätze ich bin hier ganz nah am Spielgeschehen ich kann euch sehr sehr geiles Spielszenen aufnehmen ich freue mich drauf das wird mega let's go jetzt wird die Hymne von Eisern Union hier gespielt als Nettigkeit für die Gäste sehr sehr geile Geste unser Block ist fast voll Gäste-Fans sind ohne Ende da so die Keeper von Union Berlin sind jetzt auf dem Platz machen sich warm die Fans aus Berlin sind hier zahlreich da der ganze Block ist voll ich bin mal gespannt was die Werderaner auskommt hier ist auf jeden Fall schon mal das Licht angegangen das heißt im Weserstadion dreht jetzt wieder Licht die Spieler sind noch nicht draußen die Werderkurve, die Ostkurve ist auf jeden Fall schon mal rappelvoll und Union Berlin ist auch definitiv rappelvoll das heißt es werden auf jeden Fall Fangesänge hier kommen ich freue mich mega auf das Spiel und jetzt warten wir mal dass die Mannschaft rauskommt also eins kann ich sagen es ist so arschkalt es ist so heftig kalt ja so kalt war es doch noch nie in einem Stadion wo ich war doch einmal weil in Wolfsburg wo ich den heiß vorgeguckt habe aber heute ist es brutal kalt nur ist 50 stark also crazy guckt euch das an wenn ich atme das ist so ein Wahnsinn das ist so kalt Faisern Union kommt als erstes auf den Platz top motiviert hier auch 3 Punkte aus Bremen zu holen aber ich glaube die Werderaner haben da ein bisschen was gegen auf jeden Fall sind sie zuerst auf dem Platz hier mal schauen wie motiviert sie auch auf dem Platz dann im Spiel sind jetzt kommen auch die Werder Spieler raus ihr hört es 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 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 7 7 7 8 7 9 8 9 10 10 10 8 5 8 7 10 9 9 11 12 11 12 12 das langsam. Also, wir werden hier auf jeden Fall ein Spiel haben mit sehr, sehr guten Fangesängen. Ich bin echt gespannt, wie das hier entgegen ist mit der Stimmung. So, schauen wir uns mal Union Berlin an beim Aufwärmprogramm hier im Vorschuss, wo der erste geht deutlich drüber. Der zweite geht rein, treffsicher, definitiv. Keine Teusches mehr, okay. Reicht denen wohl, die wollen lieber im Spiel Tore schießen. So, schauen wir uns mal auf der anderen Seite des teusches Programm an. Erster bei jeder rein. Zweiter bei jeden nicht rein. Der nächste bei jeden nicht rein. Der nächste bei jeden ist nicht rein. Oh, oh, oh. Ich glaube, die lassen das auch feststehen. Und das ist einmal die Ausstellung von Union Berlin. Die Käpt'n Pauli, Gianni Kedira, definitiv dabei. Auch in der Startelf. Also, die stellen schon ein sehr, sehr gutes Team auf. Wir müssen für den heutigen Spieltag. Jetzt geht's langsam los. Das Banner wird langsam ausgebreitet. Die Ostenlobe ist definitiv bereit. Die Stimmung ist sehr, sehr geil hier im Weserstadion. Es wird ein geiles Spiel. Schauen Sie sich mal bitte diesen Strahler da oben an. Das ist einfach geil. Was für eine geile Hymne. Was für eine geile Hymne. Die Stimmung ist sehr, sehr geil hier im Weserstadion. Und das ganze Stadion singt mit. In dieser Stadion, am Westerdein. Das ist Fußball wieder zu Hause. In der Hände hoch, und zeigt den Herrgerschall. Wir sind Meister und ab im Pokal. Die Ausstellung von Werder Bremen Die Ausstellung von Werder Bremen Die Nr. 10, Leonardo Mit der Weib auf dem Rasen, Niklas Die Nr. 21, von Beginn an, Niklas Mit der 21, Ilya Und mit der 32, Monko Und das alles unter der Leitung unseres Cheftrainers Das ist Ole So Leute, jetzt geht's los Ole Bundesliga 17. Spieltag Guckt euch das mal Das sind Das sind Werder Bremen Über die Aktion für den Toten Und das Gedenken an die Befreiung des Konservationslagers Aufschwärts oder die Enchor des nationalen Telesos Stichwerk ist der 27. Jahrhundert Und unser Applaus Der Räule des frischen Kongress Soweit ist es angerechnet Die beiden Mannschaften sind auf dem Platz Es geht gleich los Ich bin gespannt Ich hoffe auf ein geiles Spiel Torreiches Spiel Und dann Let's go Es geht gleich los Die Stimmung Der Werder Block ist definitiv da Union Berlin macht auch ganz viel Stimmung Also ein geiles Spiel ist vorprogrammiert Let's go Da habt ihr das Weiß auf Grün Der steht 0-0 Das Spiel hat begonnen Werder Bremen gegen Union Berlin Mal schauen was hier passiert In den ersten Minuten ist ein lockeres Abtasten hier zwischen den beiden Mannschaften Keine großen Torchancen Ich glaube beide Mannschaften wollen einfach erstmal schauen ob hier überhaupt was geht Was überhaupt geht Die wollen einfach keine Fehler machen So hier in Bremen steht man direkt und feiert die Mannschaft an Fanstechnisch wirklich eine geile Stimmung Jetzt schon Nach gerade mal 5 Minuten Wenn die das durchhalten Wird das hier echt eine krasse Nummer Da kommt aber auch mächtig Stimmung bevor Krass was die Union an der Auswärtsbahn Krasse Krass 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 Stimmung ist hier definitiv in der Hütte Krass Leider Eine Standardsituation für Union Berlin Gar nicht so ungefährlich Sagt man 30atingremo Peter von Chor. Aber der Ball wurde geklärt. Also Werder-Block geht hier richtig ab. Eine sehr geile Stimmung. Wirklich krass. Das sieht sehr geil aus. Die erste gute Standardsituation für Werder. Guter Ball. Und da ist das Ding! Da ist das Ding! 1 zu 0 Werder Bremen. Wow! Darum seht ihr das Tor. Boah, was für eine geile Stimmung, Leute! Great team! Tor für Böldreiß, Tor für Werder! 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 Ist das schon die Chance für Union Berlin? Boah! Ich glaube, die Chance ist noch nicht vorbei. Und jetzt der Konter! Jetzt der Konter! Jetzt der Konter! Oh, verdammt! Werder! Werder! Ich bin sie zufrieden. Und das ganze Stadion, bis auf der Gästeblock steht! Jetzt geht's. Hört euch das an. Also Leute, Stimmung. 10 von 10. Hammergeil. Und das vor Blenka. Und das 1 zu 1 für Union Berlin. Durch einen krassen Torwartfehler wieder. Wahnsinn. Dieses Gegentor darf niemals fallen. Ist das eine Chance im Werder? Oh, was gibt's nicht. Was für eine Chance, ey. Wow. Unglaublich. Jetzt vielleicht eine Chance für Werder. Na komm! So, die haben definitiv Bock. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht, wenn ein ganzer Block wieder mal hüpft. Also einfach derbe, derbe geil. Also Fans sind definitiv Bundesliga-Stimmung. Ist das das 2-1 für... 2-1 für Union Berlin. Und Geraldo Becker erlauben, sind jetzt 2-1. Wahnsinn. Werder Bremen gibt sich zwei eigene Eier rein. Wahnsinn. So. Jetzt wird hier nochmal gecheckt. Video Assistant. Entscheidung. Loading. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier entschieden wird. Hoher guckt sich das an. Schiri guckt sich das an. Aktuell steht es 1-2, aber... Ich meine, dafür ist auch alles gut. Noch mal ein. So, oder? Zweite Gegner heute. Aufwechseln. Aufwechseln. Zwei. Schau mal nicht. Schau mal nicht. Es bleibt 1-1. Der Schiedsrichter hat entschieden, es ist ein Handspiel im Vorfeld gewesen. Also es steht weiterhin 1-1 hier im Weserstadion. Ich glaube, die letzte Ecke vor der Halbzeit. Oh! Oh! Geiler Abschluss. Das ist so meine Lieben. Also Halbzeit hier wohl im Weserstadion. Ja. Es steht 1-1. Beide Mannschaften haben echt gute Chancen. Es ist ein gerechtes 1-1, aber die Tore von Union Berlin sind einfach unnötig gefallen. So. Ich glaube, dass das Spiel noch lange nicht zu Ende ist und dass das Ergebnis lief und am Ende nicht bleibt. Mal schauen, was hier passiert, aber es werden hier noch Tore gefallen. Und ich werde sie für euch aufnehmen. Also jetzt mache ich erstmal auch Halbzeit und dann geht es ab in die zweite Halbzeit. Und dann wird es nochmal richtig geil hier in Bremen. So, meine Lieben, zwei Halbzeit sind gestartet. Werder Bremen spielt jetzt auf die linke Seite und Union Berlin... Ne, Quatsch. Werder spielt auf die rechte Seite, Union auf die linke. Werder spielt zu ihren Heimfernsehen. Und gleich mal hier die erste Ecke für Union Berlin. Wie gefährlich wird und zum Tor führt. Eiskalter Start von den Berlinern. 2-1. So, da oben ist auf jeden Fall Stimmung. Die feiern gerade. Zurecht. Was für ein knaller Start in die zweite Hälfte. So, wird das eine Chance für Werder Bremen wieder. Hier wieder auszugleichen. Also, die Eisernen haben die Werderaner hier richtig Art zur Halbzeit erwischt. Oder nach der Halbzeit. Und... Nix. Nix. Ist das die große Chance jetzt? Schade. Was für ein schöner Abfluss. So, die nächste Ecke für Union Berlin. Der Bremen ist heute sehr gut sicher. Ja, aber zu nahm. Da oben ist das Haustür. Das ist ein Puls. Das ist so für die Stimmung hier ein Schaden. Ich bin auch hier ein Schaden. Nix. 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 Das ist das Wasser. Nix. 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 So, die Botschaft der Werderaner ist ja der Schaden. Nichts. Die sind schon schon vor Ort. Die ist schon vor Ort. So weit ab dem, jetzt müssen wir schon heute kommen, das ist schon mal die richtige Dichter hier. Schaut euch, dass wir alle lernen, was wir haben jetzt. Kleiner Block, all this. Leute, guckt euch diese Gangstube im Block an. Das ist schon sehr geil hier. So, wieder eine Nachausnahme für euch. Fällt hier nicht irgendwie ein Tor? Aktuell ist es nicht am Preis. Fünf Minuten ist am Ende die nächste Track-Situation von Union. Also aktuell sieht es gerne aus, dass Union übernimmt das 3-1. Und das wurde gekriegt. Und ganz. Jetzt auch. Hey! So meine Lieben, ich bin komplett kalt. Es war mir so kalt. Also, das war echt so krass kalt im Stadion. Wahnsinn. Und gerade auch danach, nachdem ich, also wo ich noch mit dem Roller hier zum Hauptbahnhof gefahren bin. Unfassbar. Aber, ja. Jetzt sitze ich hier schön im ICE. Ich habe hier mein Abteil für mich. Also voll entspannt. Bin auch bald in Hamburg wieder. Das Spiel war super geil. Also ich fand das echt sehr, sehr geil. Großes Lob an beide Fan-Kulturen, Fan-Szenen. Die haben wirklich beide sehr, sehr geile Stimmung gemacht im Stadion. Ich bin froh, dass ich dieses Spiel ausgewählt habe. Das war wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Wieder zum Anfang des neuen Jahres mit Stadion-Vlogs. Also sehr geil. Und für euch heißt es jetzt, bitte liken, kommentieren, abonnieren. Okay? Wenn ihr damit fertig seid, dann geht ihr bitte hier unten auf meinen Twitch-Kanal und abonniert den auch. Denn ich bin immer mittwochs und einmal am Wochenende definitiv online. Und von daher, wir haben da mega viel Spaß. Also einmal wirklich Twitch abonnieren, YouTube abonnieren und Instagram abonnieren, damit ihr einfach alle drei Kanäle habt und immer up-to-date seid mit Fan-Primers. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer wieder, euch im nächsten Stadion-Vlog zu sehen. Hype dieses Spiel mal richtig. Zeigt es euren Werder- und Union-Berlin-Fans. Und wir sehen uns zum nächsten Stadion-Vlog von Fan-Primers. In dem Sinne, Bye-Bye und Ciao, euer Fiasko von Fan-Primers. Wir sehen uns- mit allen kommen. Undكر